Und diese Skeptiker, die haben, wie du gerade schon erläutert hast, ihre eigene Ideologie, ihre eigene Agenda und sie haben nicht nur die Wikipedia, um das jetzt gleich zu Anfang schon mal zu sagen, sondern sie haben noch ein ganz eigenes Portal, auf das auch viele Journalisten zurückgegriffen haben, namens Psyram. Was hat es damit auf sich? Psyram ist ein Internetrufmordpranger, ganz einfach. Es gibt sich den Anschein einer seriösen Webseite, ist es aber von und hinten nicht. Es gibt kein Impressum, man weiß nicht, wer das schreibt. Es ist voll anonym. Das ist nicht trivial, das heißt, da sind Spezialleute am Werk, also das sind richtige Fachleute, die ihr Handwerk verstehen, wie man Webseiten so gestaltet, dass die Nutzer dieser Webseiten maximal verschleiert werden. Ja, Psyram ist eine Seite, die, ja, da müsste sich eigentlich mal die Staatsanwaltschaft mit beschäftigen, aber da passiert nichts. Ich kann auch sagen, warum, weil zum Beispiel regierungsfinanzierte Organisationen, wie zum Beispiel die Amadeo Antone Stiftung, wo zum Beispiel im Beirat oder im Vorstand, im Beirat war das, glaube ich, ist ein Verfassungsschutzpräsident mit dabei. Diese Seite von der Amadeo Antone Stiftung verlinkt aktiv auf den Server Psyram, um irgendwas zu beweisen. Ja, da kann ich nur sagen, da macht man den Bock zum Gärtner, ja. Also dann sieht man auch, welche Qualität zum Beispiel die Amadeo Antone Stiftung hat. Also wenn ich auf so eine Seite verlinke, dann hat das mit Seriosität nichts zu tun. Und da sehen wir auch, in welches Fahrwasser wir langsam geraten sind. Also wir haben Leute, nämlich die Leiterin der Amadeo Antone Stiftung, also die ehemalige Leiterin, also die Annetta Kahane, ist jetzt auch dabei und schreibt Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die tauchen da auf. Dann frage ich mich, in welches politische Fahrwasser kommen wir hier? Ist das noch freiheitlich-demokratische Grundordnung oder was soll das? Also ich könnte jetzt ja noch alle möglichen Sachen aufmachen. Also es gibt also Sachen, die miteinander kommunizieren. Denn zum Beispiel bei der Annetta Kahane ist auch wieder so ein Ding, das heißt, die Artikel zu Annetta Kahane werden auch von Kritik freigehalten. Da sorgt unter anderem, wie gesagt, ein besagter Co-Pilot dafür, das ist also dieser Gerhard Sattler. Da sorgen andere noch dafür, die, wie hieß die nochmal, die andere, Fiona B. Also die beiden haben in Teamarbeit in der Wikipedia den Artikel von Annetta Kahane schön geschrieben. Am Anfang stand da ganz klar drin, einer der ersten Sätze war, Annetta Kahane war ehemalige Stasi-Spezialin. Hat für die Staatssicherheit früher Informationen zugetragen. Und das verschwindet dann aus dem ersten Absatz plötzlich. Und heute steht da drin, sie ist Menschenrechtsaktivistin. Und da, wo es im Haupttext um ihre Stasi-Tätigkeit geht, das waren, ich weiß gar nicht wie viele tausend Buchstabe, wurde auch auf ungefähr ein Drittel eingedampft. Die Wikipedia als Manipulationswerkzeug der Massen unterstützt Institutionen, wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und diese Amadeo-Antonio-Stiftung wird auch vom Staat finanziert. Die ist ja auch jetzt unterwegs, zum Beispiel im Kampf gegen Rechts. Rechts. Und rechts ist alles das, was nicht der Regierung zu Passe kommt. Wie ich schon ein Mal gesagt habe, es geht insbesondere bei der Regierung darum, dass der aufmerksame Demokrat den auf die Finger schaut. Das heißt also, Kritik an der Regierung ist nicht nur gut, sondern es ist wichtig, dass man das macht. Wenn man das nicht macht, dann, weil Macht immer mit Korruption einhergeht oder dem Versuchung der Korruption, dann lasse ich dann also den Dingen ihren Freien laufen. Dann habe ich halt eine zutiefst korrupte Staatsführung. Ja, und also was wir jetzt haben, ist eine Medienlandschaft, die Wikipedia ist nur ein Teil davon, die halt der Regierung nach dem Maul redet und eben Kritik an der Regierung weitestgehend vermeidet. Und das führt am Ende dazu, dass wir eine nicht funktionierende Staatsregierung haben. Leider. Vielen Dank.